Hallo, ich bin der Geschäftsführer von Alpin Lorca. Ich zeige euch, wie ihr unsere Stöcke auseinanderfaltet. Weil das ist nicht so einfach, wenn man das erste Mal Faltstöcke hat. Wanderstock fallen lassen, den Griff fixieren. Der Griff ist nicht fixiert am Stock. Mit dem Schraubchen könnt ihr die Stärke und die Befestigung einstellen. Dann lässt ihr den Stock fallen. Haltet mit einer Hand den Griff. Mit der anderen Hand zieht ihr das dritte Segment von unten nach unten. Und dann zieht ihr so fest ihr könnt die drei Segmente nach unten, dass der Knopf rauskommt. Patentiert von uns. Wenn ihr den Schock wieder lösen wollt, jetzt ist ihr gespannt. Ihr könnt loswandeln. Wenn ihr den Schock lösen wollt, mit einer Hand den Griff halten, mit der anderen das dritte Segment. Dann den Griff hochziehen und den Knopf reindrücken und dann ist die Spannung wieder gelöst. Zur Info. In unserem Online Job könnt ihr den Griff nachbestellen. Ihr könnt das untere Segment nachbestellen. Wir haben auch ein Video zum den Stock neu spannen auf YouTube. Ja, also man kann eigentlich alles austauschen mit dem Stock, wenn mal was schief geht. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir freuen uns über positive Kommentare. Natürlich auch negative. Und freuen uns wenn ihr das Video liked und uns einen Daumen hoch gebt. Viel Spaß in den Bergen und in der Natur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.